Lass uns mal Gedanken machen über den Charakter. Am besten über meinen, denn wie heißt es so schön, kein Mensch ist so schlecht, dass er nicht noch als schlechtes Beispiel wenigstens von Nutzen sein könnte. Gute Charaktere, schlechte Charaktere, Sturköpfe, lockere Menschen, nachtragende, verzeihende bla bla bla. Wichtig ist zunächst einmal, dass man oft genug auf die Fresse fällt, wenn man sich schlecht benimmt. Und dass man dann mal drüber nachdenkt, was man da eigentlich alles seiner Umwelt zumutet. Und dann kann man sich Schritt für Schritt ändern. Man muss nur nicht glauben, dass das von heute auf morgen ging. Eigentlich müsste das ja von heute auf morgen gehen. Ich mische mich unter die Menschen, erinnere mich vielleicht vorher kurz dran, dass ich mir eigentlich vorgenommen habe, zum ersten Mal in meinem Leben nicht drüber zu kommen. Und was ist? Es gelingt mir super, weil... Mein Verstand sagt mir ja, du willst es, ein scheißen Trick. Von wegen, es gelingt mir super. Wenn mir der Erste blöd kommt, komme ich blöd zurück, fertig in den Äpfel. Wenn ihr wüsstet, wie lange ich daran gearbeitet habe. Step by step immer so kleine Schritte. Ein bisschen wegzukommen vom Arschloch-Dasein. Und wenn ich dann tatsächlich so einen kleinen Erfolg hatte, dann... ...habe ich mir selber nicht mehr getraut. Hallo? Bist das noch du? Das ist doch gespielt. Du bist doch absichtlich nett. In Wirklichkeit... Bist du doch ein Hallo-Trin. Ich musste über 70 Jahre werden, um mir mal Gedanken drüber zu machen, warum ist das denn alles so? Und als ich das vor vielleicht sechs Monaten einem Freund beim Tischtenspielen erzählt habe, hat er gesagt... Kahnemann! Sag ich, wie jetzt Kahnemann? Ja, du kennst Kahnemann nicht, du interessierst dich doch für die Philosophen. Das ist doch der Beste von ihnen. Oder du interessierst dich ja speziell für Gehirnforschung. Und da ist er ja... ...der Novellpreisträger, den man ihm leider für Gehirnforschung nicht geben konnte, weil da gibt es keinen Novellpreis. Deswegen hat man da ein bisschen getrickst. Ich sehe sie, genau deswegen wahrscheinlich ist mir der noch nicht über den Weg oder übers Internet gelaufen, weil da immer steht, Novellpreisträger für Wirtschafts- oder Ökonomie oder genau das, wo ich immer gleich... Weg damit, weg damit, weg damit! Aber der hat gesagt, was du so über dich erzählst, das ist Original-Kahnemann. Hoppla, dachte ich. Dann, aus das Buch her... Und gleich vorneweg, wie immer der Hinweis. Vermutlich habe ich nicht ein Wort aus diesem Buch verstanden. Vielleicht verstehe ich überhaupt nichts. Wissen tue ich auf jeden Fall nichts. Sondern ich erzähle euch gerade meine Erlebnisse, so wie ich es erlebt habe. Und selbst da ist es fraglich, ob ich es hinkriege, das wirklich so zu erzählen, wie es war. Nicht mit irgendwelchen Dazudichten. Immer um meine Rolle glanzvoller zu machen. Informieren müsst ihr euch selbst. Und zwar, indem ihr Charakter genug habt, zu sagen, ich bin nicht mehr zu verbessern. Aber, was soll's. Lesen wir mal Karne-Mann. Slow thinking, fast thinking. Nein. Fast thinking, slow thinking heißt das Buch. Schnelles Denken, langsames Denken. Und verlasset euch mehr auf ihn, als auf mich. Weil ich erzähle das ja nur, weil ich schon wieder klarkommen möchte mit meinen Gedanken. Und wie entstehen die Gedanken? Großmutter. Ja, das ist eine gute Frage. Wie entstehen sie? Dazu kann ich mal lesen. Die einen sind quasi ganz fest installiert, im schnellen Denken. Und, damit wir nicht ganz vergessen, dass wir über den Charakter reden wollten. Der Charakter ist scheinbar erst einmal dort, zu Hause. Zu einer Zeit, als wir noch gar nicht über Charakter nachdenken konnten, weil wir noch gar nicht wussten, was das ist, haben uns die Gene schon einen Charakter mitgegeben. Die Eltern haben versucht, uns so zu erzählen, dass ein guter Charakter daraus wird. Und ich bin ja so ein Verfechter dieser Zwei-Faktoren-Theorie. Alles, was den Menschen ausmacht, entsteht im Zusammenspiel der beiden Faktoren. Faktor 1 vererbt. Faktor 2, Umwelterfahrungen. Alles mit drin, Erziehung, Sozialisation und, und, und. Die zwei machen das mit sich aus. Und damit man die Umwelterfahrungen, die ja relativ viel Zufall sind, das Vererben sowieso, voller Zufall, Pech gehabt, wenn du die falschen Ahnen hast, aber auch die Umweltfaktoren sind ja, wen du triffst, wen ich jetzt gleich treffen werde, an der Steinplatte, Zufall. Vielleicht sind es ein, zwei der liebenswerten Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Vielleicht ist es aber auch wieder jemand, der mich einfach nur nervt, weil er keine Rücksicht nimmt darauf, dass ich viel Konzentration beim Tischtennis brauche, weil ich nicht ganz gesund bin. Ja, wie auch immer. Also kommt erst mal kritiklos eine Art Programm zustande im System 1 nach Kahnemann und System 2. Versuch dann, darüber nachzudenken. Was ist eigentlich los mit dir? Wie tickst du denn? Warum musst du immer auf Oberlehrer machen? Auf Rechthaber, auf Besserwisser? Nein, bin ich gar nicht. War ich aber schon mal. Und so ganz kriege ich es nicht raus, weil nämlich, hallo hier, das schnelle Denken ist immer als erstes da und reißt immer die große Klappe auf. Bis dann der etwas Bescheidenere aus der anderen Seite kommt, aus dem langsamen Denken. Und deswegen Schlusswort. Im Schnelldenken ist viel, worüber ihr selber noch gar nie nachgedacht habt. Viel Schrott von den anderen. Und wenn ihr Glück habt, ist ein bisschen was auch vom langsamen Denken übernommen worden. Also ein ganz klein wenig wandert immer rüber vom langsamen Denken ins Schnelle. Aber es ist immer nie so viel, wie man sich erhofft, wie man sich wünscht. Es ist immer ein bisschen zu wenig. Wenn man also sich ausdenkt, wie man sein möchte im System 2 und das dann umsetzen will, dann muss man so viel im was heißt muss, müssen gar nichts. Dann könnte es sein, dass es funktioniert, dass man so viel über sich nachdenkt, bis sich dann Stück für Stück in der anderen Abteilung, Grobian-Abteilung, System 1 was ändert. und da kann ich euch etwas sagen, von dem ich weiß, dass es bei mir funktioniert hat. Ich habe nämlich, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, angefangen, autogenes Training zu machen und im autogenen Training jene Menschen mit ein also da habe ich jene Menschen mit einbezogen, von denen die Abteilung 1 sagt, Arschloch, voll Idiot, ich mag ihn nicht. und habe in System 2 über autogenes Training versucht, System 2 oder vielleicht bin ich sogar direkt in System 1 gekommen mit autogenen Training. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, könnte es sein, dass man da direkt reinkommt. Ich glaube fast, weil in System 2 weiß ich ja, das ist auch nur eine arme Sau. der hat auch nur sein Bäckchen zu tragen. Der kommt vielleicht auch nicht mit sich klar, so wie ich nicht mit mir klar komme. Das Wort Opfer kann ich nicht mehr gebrauchen, weil das hat ja mittlerweile eine perverse Bedeutung. Aber also in System 2 kann ich Mitgefühl entwickeln. Kein Arrogantes, kein Überhebliches, sondern wirklich Echtes. Dem geht es auch nicht viel besser als mehr. Also müsste dann das autogene Training nicht unbedingt über System 2, weil da ist ja schon alles klar, da habe ich es ja schon kapiert, sondern über System 1 etwas verändern. Und es hat etwas bei mir verändert. Beispiel vor kurzem bin ich einem Menschen begegnet, mein Verstand sagt, was für eine arme Sau. Völlig hilflos. das heißt, ihr kennt das, mein neues Wort für trifft ständig die falschen Entscheidungen. Völlig hilflos. und dadurch natürlich auch unsympathisch bis zum geht nicht mehr. und es war das, was es immer war. Ich habe mich von ihm gekränkt gefühlt, beleidigt gefühlt. Schöpflos.